Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Eiskönigin trifft auf Kill Bill, so beschrieb Showrunnerin Leslie Hadland mehr oder weniger das Konzept ihrer Star Wars Live-Action-Serie The Ecolite, die nun seit dem 5. Juni exklusiv bei Disney Plus zu sehen ist, beziehungsweise die ersten beiden Folgen und dazu liefern wir nun einen Ersteindruck, nachdem wir sie gesehen haben und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen Gast, mit dem ich heute zum ersten Mal was aufnehme und der auch, glaube ich, zum ersten Mal zu Star Wars hier etwas beileistet. Aber ja, mal sehen, wo das hinführt. Auf jeden Fall grüß dich, Johannes. Ja, ich würde sagen, das ist der Weg. Oh, war ja, okay. Damit triggerst du bei mir direkt was. Ja, mal schauen, wo der Weg uns hier hinführt oder auch nicht auf irgendwelchen Irrwegen. Freut mich sehr, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Wir wollten ja ursprünglich, also wir zwei Hübschen wollten ursprünglich schon vor genau einem Monat zum May the 4th was machen zu Tales of the Empire. Hat dann zeittechnisch nicht so hingehauen, ist jetzt aber auch nicht so das Riesenversäumnis gewesen, ne? Nee, leider nicht. Ich glaube, wir haben zu The Ecolite weit mehr zu sagen als zu Tales of the Empire. Ja, ob es so wahnsinnig viel mehr ist, sei mal dahingestellt. Aber zogen wir dich doch erst mal fest. Ich habe ja hier schon wirklich einiges zu Star Wars gemacht, ob es jetzt zu Obi-Wan Kenobi ist, zu Ahsoka letztes Jahr. Wie ist es denn bei dir? Also wie stehst du generell zum Franchise und was war so zuletzt, ja, so die Ausbeute für dich, was du dir rausziehen konntest? Ja, ich bin 92 geboren und den allerersten Star Wars Film, den ich gesehen habe, war Episode 6. Und der hat mich dann natürlich so sehr begeistert, dass ich nach und nach mir alles zu Gemüte geführt habe. Also was heißt alles, vor allem natürlich die Filme. Und dann bin ich auch über Star Wars Comics und über Star Wars Videospiele, ja, habe ich mich dem Universum angenähert. Ich hatte irgendwann die allererste Xbox und hatte dafür nur Star Wars Spiele. Und dann bleibt einem, glaube ich, nichts anderes übrig, als sich dieses Universum zu verlieren. Und genau, ich, ja, Star Wars ist einfach toll und ja, zuletzt hat mich Endo halt richtig, richtig begeistert, weil es nochmal, ja, eine ganz andere Perspektive war, weil es ernst war. Und vor allem, gerade im Vergleich zu anderen aktuellen Serien, ist es eine Serie, die toll geschrieben, toll gespielt und vor allem richtig toll inszeniert und ja, einfach ein grandioses Konzept ist, würde ich sagen, was sehr gut aufgegangen ist. Ja, da kann ich mich dir sogar anschließen. Ich hatte zuletzt auch ein Rewatch von Endoer. Man kann natürlich auch gerne in den Podcast reinhören, also das Staffel-Recap, was wir damals gemacht haben und natürlich auch den Ersteindruck in altbewährter Manier. Ja, mir hat sie tatsächlich sogar noch besser gefallen als beim ersten Mal, beziehungsweise also nochmal ganz einen deutlichen Schritt besser. Auch dahingehend, dass ich finde, und das kann man bei mir, von mir auch bei zahlreichen Gelegenheiten hier hören beim Playlist-Stammtisch, ich bin sehr ein Fan davon, wenn Star Wars anfängt, irgendwie Genre einfließen zu lassen in dieses Universum. Also ob es jetzt Rogue One ist oder Endor und da würde ich mir einfach dahingehend noch sehr, sehr viel mehr Wagemut wünschen. Dementsprechend, da haben wir dann die perfekte Überleitung, war ich gespannt auf The Acolyte, wo ja am Anfang gar nicht so viel bekannt war, nur dass es irgendwie eine Mystery-Serie sein sollte, die sich um die Sith mehr dreht und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Du hast ja gerade eben auch erwähnt, dass du auch über die Filme hinaus oder jetzt über auch Serien Berührungspunkte mit dem Universum hast, schließt das auch diese High Republic Ära ein, in der jetzt die Serie angesiedelt ist? Nee, tatsächlich nicht, beziehungsweise ich habe ein paar Folgen von der, jetzt weiß ich gar nicht den Namen, dieser Kinder-Animationsserie geguckt, die der in der High Republic spielt, aber ich habe nicht in die Romane rein gelesen, weil Star Wars ist für mich vor allem, also Star Wars funktioniert für mich visuell, deswegen Filme, Serien, Videospiele und Comics, da habe ich sehr viel Spaß dran, aber von der High Republic habe ich bis jetzt nur mitbekommen irgendwann, dass es ja einen Charakter gibt, der ein Stein ist. Okay, auch nicht schlecht, ja. Ja, ich habe bisher gar nicht so viel davon gehört, also ich habe jetzt nur mitbekommen, dass Disney irgendwie vor, sagen wir mal drei, vier Jahren eben so und Cut gemacht hatte und dann angefangen hat mit Comics oder auch Romanen dieses, diese High Republic Ära ein bisschen mehr auszufleischen und dass das jetzt dann eben auch mit dieser Serie vonstatten geht, die ja stolze hundert Jahre vor Episode einspielt und das hat mich persönlich schon neugierig gemacht, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so langsam echt die Skywalker-Saga-Light und allein schon der Umstand, dass das hier möglichst weit weg spielt, hat mich schon happy gemacht irgendwo. Ja, das geht mir genauso. Also so spannend die Zeit vom Galaktischen Bürgerkrieg ist, also wenn die Rebellen gegen das Imperium kämpfen, wir haben da jetzt, glaube ich, also nicht alles, da kann man bestimmt auch immer noch Neues erörtern, aber eigentlich haben wir da schon sehr, sehr viel gesehen und das reicht. Ich finde auch, Star Wars sollte jetzt mal neue Regionen erkunden oder eben wie hier neue Zeitabschnitte, um sich da vielleicht so ein bisschen loszusagen und einfach mal kreativ sich vielleicht auszutoben. Ja, definitiv. Ist ja teilweise auch schon passiert, also was ich ja tatsächlich sehr mochte, war ja sowas fast schon Experimentelles wie Star Wars Visions. Haben wir auch zwei Podcasts zugemacht, fand ich sehr, sehr großartig. Ist natürlich aber, ja, es sind eigentlich so kleine Spinnereien am Rande, also es ist ja nichts davon irgendwie canon, wobei ich eigentlich sogar ein Verfechter davon bin, wenn man irgendwas wirklich davon befreit, jetzt krampfig in diese Skywalker-Saga implementiert zu werden oder auch nicht. Ja, und so hatte ich mir relativ viel erhofft von The Echo Light. Die Trailer hatten mich dann eher so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, weil es doch sehr an die Prequels erinnerte, so optisch, also auch wenn es eine ganze Weile davor spielt. Und die Serie hat ja im Vorhinein auch schon, ja, kann man das sagen? Es ist ja mittlerweile so, dass Serien schon aufgrund des Marketings, der Trailer und der Vorberichterstattung schon ein Backlash kaschieren, ehe überhaupt eine Folge wirklich gelaufen ist, ne? Oder wie hast du das wahrgenommen? Ja, bei Star Wars ist das ja nochmal was Besonderes, weil über die Jahrzehnte, die Star Wars existiert, haben sich natürlich ganz viele Fans angesammelt und das Fandom ist, ja, sagen wir, ganz unterschiedlich. Und das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Und wenn dann jetzt hier mit Leslie Hetland eine offen lesbische Filmemacherin eine Serie dreht mit einem sehr, sehr diversen Cast, dann kann das natürlich, ja, dann schreckt das leider Leute ab. Und das ist, ja. Ja, Leslie Hetland, die ja auch, also da ist ja auch so einiges so, was deren vorherigen Werdegang in Hollywood angeht, wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Also der erste Trailer zu Ecolight hat, glaube ich, einen Rekord gebrochen, sowohl was Views angeht, aber auch was Dislikes angeht. Aber, ja, sowas muss man in meinen Augen heutzutage auch eher mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz war ich gespannt, auch was so die Besetzung angeht. Da sind ja auch viele neue, frische Gesichter bei. Und es ist auch, ja, eben durchaus auch ein frischer Approach an das Ganze. Aber bevor wir uns da jetzt weiter festbeißen, magst du uns mal aufklären, worum es so in den Grundzügen in The Ecolight überhaupt geht? Ja, das mache ich sehr gerne. Du hast schon gesagt, es spielt vor Episode 1 genau 68 Jahre vor die dunkle Bedrohung. Und wir begleiten eine ehemalige Padawan, die auf ihren ehemaligen Meister wieder trifft, weil sich eine Reihe von Verbrechen ereignen. Und zwar werden Jedi ermordet. Und das muss natürlich untersucht werden, gerade weil The Ecolight in einer Zeit spielt, wo die Jedi so ja vielleicht auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. Und das soll, glaube ich, so ein bisschen gezeigt werden. Du hast schon gesagt, die Sith spielen eine Rolle. Zumindest in den ersten zwei Folgen sehen wir davon sehr, sehr wenig noch. Sehr, sehr wenig. Ja, allerhöchstens mal so angedeutet. Ansonsten sehr viele Jedi, auch wieder den Jedi-Tempel. Spätestens als man zum ersten Mal Coruscant sieht, wirkte es auf mich wirklich wie etwas, was auch während der Prequels hätte stattfinden können. Und da sind wir vielleicht auch schon so bei einem Punkt, weil, ja, hier groß beworben mit, das spielt jetzt in der High-Republic-Ära und ist weit weg von den Prequels. Aber so nach zehn Minuten oder 15 Minuten habe ich mir gedacht, das hätte jetzt auch eigentlich alles, also diese Handlung hätte theoretisch auch mitten in den Klonkriegen stattfinden können. Da ist also so wirklich viel World-Building habe ich da nicht wahrgenommen. Oder sind mir da vielleicht ein paar Details entgangen, die du mitbekommen hast? Grundsätzlich bin ich beide. Ich finde, man merkt so in Kleinigkeiten, dass, also es gibt so ein paar technische, ja, Spielereien wie ein Androide von der Protagonistin oder so Laserwände halt, die als Gefängnis fungieren, die ein bisschen anders aussehen, vielleicht so ein bisschen ursprünglicher, als es in den Prequels der Fall ist. Aber gerade was diese, ich sag mal, so ein bisschen buntere Welt, auch die Jedi in ihren Gewändern natürlich, auch die Raumschiffe, das hat schon sehr diese Ästhetik von einer, also es ist halt ein krasser Gegensatz zum Imperium, was kalt und irgendwie kaputt ist. Hier hat es schon ein bisschen so was wie so eine Utopie vielleicht oder eine vermeintliche Utopie. Ja, und es hat leider auch ähnlich wie die Prequels, muss ich sagen, es ist wieder so schade, weil ich meine klar, natürlich die alten, also die Urtrilogie spielt ja im Bürgerkrieg und dann die neuere Trilogie auch, also sieben bis neun, über die wir jetzt hier eher nicht reden. Aber, ja, was ich dann so schade finde, dass das dann alles immer doch relativ geleckt aussieht. Und ich weiß, das ist zwar die Hochzeit der Jedi, wie du schon gesagt hast, aber schon bei den Prequels war mein Problem, dass diese Räumlichkeiten, in denen die sich aufhalten, vor allem im Jedi-Tempel, dass das nie so richtig gelebt wirkt alles. Also auch die Raumschiffe zum Beispiel, wobei das jetzt hier nicht ganz so sehr ist, wie zum Beispiel bei Ahsoka. Generell muss man auch sagen, dass die Serie insgesamt schon einen, ja, doch etwas haptischeren Look hat, als jetzt die letzten paar Live-Action-Serien, die ja größtenteils auch wirklich mit dieser Volume-Stagecraft-Technologie gedreht wurden. Auf jeden Fall. Also ich kann das auch verstehen, gerade Kostüme, vor allem die der Jedi, die sehen wirklich so aus, als würden sie gerade aus der Wäsche kommen und dann wurden sie noch mal ordentlich gebügelt. Andere Kostüme, ich finde zum Beispiel, also dieses Kostüm der Attentäterin, das finde ich wirklich gelungen. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und es gibt auch so, ja, gerade, ich meine, bei Endo hat man ja, oder haben einige kritisiert, dass zu wenig Aliens auftauchen und eigentlich fast nur Menschen existent sind. Das macht diese Serie auf jeden Fall ganz anders. Das finde ich sehr, sehr schön, dass wirklich sowohl bei den ProtagonistInnen, aber auch bei den ganzen Leuten im Hintergrund. Da sind unglaublich viele unterschiedliche Aliens dabei, zum Teil welche, die man aus den Filmen kennt, die man aus Videospielen kennt, die man vielleicht auch noch nicht kennt. Müsste ich, glaube ich, nochmal gucken. Aber vor allem, ich bin ganz bei dir, also gerade Ahsoka und Obi-Wan, die sahen halt, was diese Stagecraft-Technologie aussieht. Boah, also ich fand das zum Teil wirklich schon unverschämt, wie schlecht diese Serien visuell aussahen und wie auch schlecht sie damit umgegangen sind. Weil da hat man halt gemerkt, sie haben halt ein paar Leute vor dieser Wand und hier bei The Acolyte merkst du halt, hier kann wirklich inszeniert werden, weil sie echte Sets haben. Also die Kamera kann hin und her fahren. Man kann wirklich unterschiedliche Blickwinkel zeigen, weil das existiert. Und das macht so viel, finde ich, für dieses Gefühl aus, dass es nicht einfach eine Fläche ist, sondern man hat hier vorderhinter, also es ist 3D quasi. Ja, total. Und das ist eigentlich, muss man sagen, das sollte ja selbstverständlich sein, aber ist es dann ja doch in letzter Zeit bei Star Wars nicht gewesen. Ja, wobei ich sagen muss, der generelle Look, der ähnelt schon sehr den bisherigen Star-Wars-Serien. Also das ist jetzt nicht so ganz so wie bei Endor, was ja wirklich schon, ja, wenn man sich Endor so visuell anguckt, rein inszenatorisch natürlich dann auch, dann ist das schon was anderes irgendwie. Das fühlt sich sehr viel eigenwilliger, haptischer, gröber an, eigentlich schon grobkörniger. Das hat jetzt Acolyte nicht, aber ich würde sagen, die steht da so ein bisschen, für mich steht die so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil die Optik ist zwar immer noch so ein bisschen glatt, aber du hast wieder mehr echte Sets. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, weil, also da kann, bin ich auch ganz bei dir, bei Obi-Wan, also ich erinnere mich, da sind irgendwie Szenen in Höhlen, ganz am Ende, wo er nochmal irgendwie in seine alte Tatooine-Höhle da kommt, also seine Behausung, da dachte ich mir echt so, meint ihr das jetzt ernst? Also das ist einfach nur Juhn McGregor, der von einer digitalen Wand steht, anstatt von einem Greenscreen und dann habt ihr da ein paar Steine hingelegt und ein bisschen Sand und naja, ich meine, also diese Stagecraft-Technologie, die ist ja auch ziemlich schnell, hat sich ja auch ziemlich schnell selber entzaubert, ne? Also erst galt die ja wirklich so als the next big thing und mittlerweile sind da doch einige Schattenseiten zutage getreten und vielleicht hat man hier davon auch gelernt. Ich weiß gar nicht, die ersten beiden Folgen hat ja diese Leslie Hadland selber inszeniert. Die hat ja vorher schon so einiges gemacht, darunter auch diese Netflix-Serie, Matroschka, da habe ich allerdings noch nie irgendwie was von gesehen, auch nicht von den Rom-Coms, die sie geschrieben oder auch inszeniert hat. Wie ist das bei dir? Genau, Matroschka, das sind ja inzwischen zwei Staffeln. Ich habe nur die erste Staffel gesehen und kann die wirklich sehr empfehlen. Das ist halt so ein typisches Zeitschleifen-Ding, wie wir es aus täglich grüßt das Murmeltier und diversen anderen Filmen kennen. Spielt in New York und das ist schon, also es ist schon super cool und es ist auch schon so ein bisschen dreckig, rau. Also die Hauptrolle spielt Natascha Leon, die vielleicht einige aus Orange is the New Black oder der Serie Poker Face von Rian Johnson kennen, den Star-Wars-Fans ja auch lieben oder hassen, je nachdem. Und es ist auch eine lustige Serie tatsächlich. Und deswegen, ich hatte super viel Bock auf The Acolyte. Von diesem Humor oder auch von diesem, wie du es bei B&O sagst, ja auch so ein bisschen, ja weiß ich nicht, rauen oder so ein bisschen abseits des Mainstreaming, finde ich auch, merkt man hier jetzt nicht so viel. Es ist schon sehr, sehr leichtgängig. Also ich finde, man kann das halt einfach gut weggucken. Es wirkt am Anfang alles noch so ein bisschen flach, auch inhaltlich. Das kann sich natürlich noch ergeben. Wir haben ja nur die ersten zwei Folgen gesehen. Aber es ist halt, oder es wirkt zumindest für mich noch nicht so, als sei es jetzt so, ja, so tief, so clever, so, so, ja, konzipiert wie Endor. Ja. Ja, ich meine, vielleicht muss sich die Serie natürlich auch noch so ein bisschen finden, ne? Total, ja. Ich muss sagen, der Einstieg gefiel mir ehrlich gesagt sehr gut. Wir müssen jetzt hier an der Stelle nochmal sagen, wir versuchen das hier relativ spoilerfrei zu halten. Es kann allerdings sein, dass wir irgendwie ein bisschen was einfließen lassen. Ja. Am Anfang hatte ich eigentlich schon, also wie soll ich das sagen? Die erste Szene fand ich durchaus erfrischend und gleichzeitig enttäuschend, weil erst hast du halt so einen relativ, ja, erfrischenden Approach irgendwie. Also jetzt nicht vom Setting, sondern eher von einer Art, wie Kampfszene inszeniert werden. Und dafür haben sie sich dann auch nicht von ungefähr, ist ja bekannt, Carrie Ann Moss geholt, legendär als Trinity in der Matrix-Reihe, muss man ja mittlerweile sagen. Nicht mehr Trilogie, auch wenn viele den vierten Teil wahrscheinlich schon aus ihrem Gedächtnis haben. Ja, das wurde ja auch im Vorfeld groß beworben, dass sie jetzt irgendwie dabei ist und, ja, wie soll ich sagen, ihre Rolle, ich war echt so am überlegen, ist der Auftritt von Max von Südo in Episode 7 wohl größer gewesen oder doch nicht? Wie, wie hast du das gesehen? Auf jeden Fall ist ihr Auftritt cooler, weil sie halt auch zeigen kann, was sie kann oder zumindest die Frage, ne, was hat sie gemacht, was haben eventuell Stuntfrauen gemacht? Aber sie liefert ja, und die Serie steigt da schon tatsächlich mit einer richtig einerseits coolen Action-Sequenz ein, andererseits, das ist ja so ein bisschen kurios, also das können wir vielleicht sagen, diese Attentäterin kämpft ohne Waffen, beziehungsweise zumindest ohne Lichtschwerter aktuell und hat so kleine Dolche dabei, die sieht man auch im Trailer. Und dementsprechend gibt es halt noch keine krassen Lichtschwertduelle, wie wir es ja, glaube ich, alle lieben, weil das ist ja irgendwie immer, im besten Fall sind das Höhepunkte von Filmen und Serien, es sei denn, es findet in Kiesgruben statt, aber wie diese Action-Szene choreografiert wurde, wie die inszeniert wurde, auch mit der Musik, also ich finde, da kam wirklich eine ganz tolle Dynamik auf, also ich hatte da wirklich Spaß drin, ich mag Action-Filme, ich mag so Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen überkonstruiert sind, also ich habe ganz viel Spaß an den John-Wick-Filmen, die auch gar keinen Anspruch an Realität haben, sondern einfach nur zeigen können, wir haben Stunt-Leute und wir haben Kameraleute, die einfach krass sind und wir zeigen einfach, was wir können und lass es uns tun. Ja, wir haben Bock drauf, fuck it. Ja, ja, genau. Genau, richtig. So weit geht die Acolyte nicht, aber für Star Wars ist das schon sehr, sehr gut choreografiert. Also das, das hatte mich auch wirklich positiv überrascht und ja, wie gesagt, man hat sich dann nicht von ungefähr Carrie and Moss an Bord geholt. Ich will hoffen, dass sie vielleicht noch mal in irgendwelchen Flashbacks auftritt, aber wie gesagt, also sie, sie hat eigentlich eine geile Präsenz und ich fing gerade an, sie geil zu finden und dann, ja, war ihre überschaubare Rolle dann irgendwie schon durchgespielt, sage ich mal. Vielleicht kommt da ja noch was, wer weiß, ne? Aber ansonsten ist es so ein bisschen so ein, eigentlich fast ein Edel-Kameo, fürchte ich. Ich meine, das Gute ist ja, wir haben ja noch andere Leute im Cast, die meiner Meinung nach zumindest nach den ersten zwei Folgen schon richtig gut abgeliefert haben. Also mir hat zum Beispiel besonders Lee Jong-jae, den einige eventuell aus Squid Game kennen, als Meister soll richtig gut gefallen. Ging dir das auch so? Äh, der hat mir noch wirklich mit am besten gefallen, auf jeden Fall. Der hatte, äh, einfach eine gewisse Präsenz schon mal, äh, grundsätzlich. Dann auch so diese, ja, also er strahlt auf jeden Fall auch eine gewisse Weisheit aus, die man von so einem Jedi-Meister kennt, aber auch diese, diese Gelassenheit und viele Zitate, die man so kennt aus Star Wars, die werden ja ihm auch in den Mund gelegt, ne? Also er wird ja schon eingeführt mit, ja, äh, hier, äh, die Augen täuschen euch, traut ihn nicht, ne? Traut er macht und so weiter. Also hatte ich ja auch schon im Vorfeld gehört, dass, äh, viele Leute dann irgendwie meinten, sie werden jetzt hier irgendwie bedient mit, oh ja, es, in jeder Folge wird einmal gesagt, irgendwie, I've got a very bad feeling about this und sowas. Aber ich find's hier doch relativ gut, ja, einmontiert, könnte man sagen, diese Art von, äh, man kann's böse formulieren, Fanservice, ne? Aber, äh, er hat mir auf jeden Fall wirklich mit am besten gefallen. Er Mandler-Stanberg hat mir allerdings auch recht gut gefallen. Die, äh, kennt man eigentlich bislang nur aus, ich weiß nicht, The Hate U Gif oft, ob du den gesehen hast. War sie noch mal in ein paar anderen Sachen drin, hatte auch, glaub ich, ne Rolle in Across the Spider-Verse, wo sie natürlich nicht visuell zu sehen war. Äh, ich weiß nicht, man, hatte, hatte man's in der vorherigen Berichterstattung schon mitbekommen, was, äh, bei ihr Sache ist? Also, dass sie hier mehr als eine Rolle zu spielen hat? Hattest du das so auf dem Schirm? Ähm, ja, sie hatte es in irgendeinem Interview selbst gesagt, dass sie hier, ähm, zwei Personen darstellt. Deswegen würde ich, glaub ich, einfach mal sagen, wir sagen das auch, weil das, äh, quasi offen war. Ich bin da beide, mir hat sie auch echt gut gefallen, auch wie unterschiedlich und doch gleich sie diese beiden, äh, Figuren anlegt. Ähm, einige kennen sie vielleicht auch aus Hunger Games, da hatte ich sie nicht mehr auf dem Schirm, aber ich hab, vor, ich glaub zwei Jahren ist Bodies, Bodies, Bodies erschienen, so ne Horror-Slasher-Satire, die, ich fand sie sehr, sehr lustig, einige fanden sie nicht so gut, aber da hat sie auch einen ziemlich guten Job gemacht und ich fand auch, sie ist halt, also sie ist super cool, aber auch super sympathisch. Also ich finde, das ist halt so ne Person, der möchte ich gerne folgen, auch wenn man bis jetzt noch nicht so viel über sie weiß, also über beide Figuren eigentlich. Also offensichtlich ist da irgendeine tragische Hintergrundgeschichte, aber was die Figuren jetzt vielleicht an, an Charakter oder so Eigenschaften ausmacht, boah, aber sie ist halt sympathisch und ich finde, das funktioniert einfach als so ne, ja, so ne Sympathieträgerin. Also was, was mir bislang auffällt, dass sie, äh, als diese Attentäterin kann sie noch nicht so richtig, äh, mit, mit ihrer Mimik irgendwie so ein bisschen punkten, finde ich. Das liegt aber vielleicht eben auch an der Rolle und an dem Kostüm, was ich auch nebenbei gemerkt echt, äh, gar nicht schlecht finde. Aber so, so diese Dualität, also das finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant an ihrer Rolle und sie trägt das Ganze auch. Also sie ist auch eindeutig die Hauptfigur, das wird auch sehr, sehr schnell klar und dann auch dieser, ja, dieser, dieser Konflikt zwischen den beiden Schwestern, da schwappt dann auch wirklich genau das rein, was Leslie Hetland, äh, angeteasert hat, nämlich so ein bisschen die Eiskönigin lässt grüßen. Und ansonsten, so von der Struktur her ist es, ich hatte ja schon erwähnt, äh, Genre-Einschlag in Star Wars, das haben wir hier schon vorhanden. Es ist ja schon so ne, also ich, ich fand's sehr amüsant, als ich vorhin mal kurz Google angeschmissen hatte und The Acolyte eingegeben hab, da stand wirklich, das sei eine Thriller-Serie. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist bisher so ne, ja, Detektiv-Geschichte irgendwo, weil so ein wirkliches Houdanit ist es nicht, weil man weiß ja von Anfang an, wer es getan hat, ne? Aber, äh, ja, unter dem Aspekt funktioniert es für mich ganz gut. Wie, wie, wie hast du das so, so, äh, wahrgenommen? Man könnte vielleicht sagen, Star Wars war nie näher an einem Thriller dran als, äh, The Acolyte. Aber ja, also es ist, finde ich, einerseits noch sehr so, so dieses Space-Opera-mäßige, gerade auch, äh, wenn man das erste Mal May, also, äh, eine der Figuren, die Battler Standberg, da in ihrem Job, äh, sieht. Das fand ich einfach eine coole Szene, das ist einfach so, so, so Star Wars at its best. Und dann wird es halt immer mehr durch die Tode zu so einer Krimi-Serie. Ich hab auch schon irgendwie Vergleiche zu CSI etc. pp. gehört, kann das auch, äh, verstehen, weil es halt wirklich halt darum geht, jetzt kommt sozusagen ein, ein Team zusammen und die wollen halt, äh, herausfinden, was los ist und dann, äh, die Täterin, äh, stellen. Und dann, äh, sehen sie dann halt auch die Leichen und, äh, ja, ermitteln halt. Und das ist schon irgendwie ganz amüsant. Und das halt zusammen mit diesem leichten, oder ja, doch, ich find noch leichten Mystery-Plot, der da so mitschwingt, wer halt irgendwie da im Hintergrund noch die Fäden ziehen könnte. Weil das haben wir noch nicht gesehen. Also im Trailer gibt es ja einige Szenen, wo wir wahrscheinlich glauben, dass es eine, eine Person, die da, äh, im Hintergrund ist. Aber in den ersten zwei Folgen sehen wir davon noch nicht so viel. Ja, das bleibt noch relativ dezent. Da war ich auch überrascht. Wobei ich das Gefühl habe, ähm, ja gut, vielleicht bauen sie da auch relativ viel auf. Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt auch schon gehört, dass die dritte Folge, die ja einige Pressekollegen auch schon sehen konnten, dass die größtenteils ein Flashback ist, der halt, äh, also dass dann da noch mehr aus, aus der Vergangenheit aufgerollt wird. Und da wird ja auch relativ viel, äh, also visuell finde ich die Serie gar nicht schlecht. Da sind auch tolle Sachen drin, zum Beispiel am Anfang, wo sie sogar kurz irgendwie was im Weltraum reparieren müssen, weil, äh, so was, ähm, haben wir ja eigentlich eher selten gesehen oder wenn dann mal höchstens mit Droiden oder so, ne? Und sie, also sie, sie wird ja auch darüber eingeführt, dass sie ein, wie, wie wird das genannt? Irgendwie Mag Tech oder so ähnlich, ne? Also da werden auch, ähm, kurz Nahmordianer gezeigt, die man ja auch aus den Prequels kennt und es ist auch die Rede von der Handelsföderation. Das passt soweit auch alles ganz gut. Was mich tatsächlich so ein bisschen stört bislang und das ist etwas, äh, was man leider auch aus den ganzen anderen Star-Wars-Serien kennt, sind mitunter die Dialoge. Äh, die sind teilweise schon ziemliche Expositionen und da fehlt es für mich auch leider so ein bisschen an Charakter und, äh, besonders bezeichnet fand ich da eine Szene, wo sie eben Osha, äh, also mit, äh, hier dieser, äh, Jedi-Ritter und seinen Padawan, die ja gespielt wird von Daphne Keen, die man aber kaum erkennen kann. Ähm, als die, die da zur Rede stellen auf diesem Kreuzer oder was das ist und, äh, ich glaube, erst redet er mit ihr und erzählt ihr ihre halbe Lebensgeschichte, dann kommt wiederum sein, sein Padawan rein und fängt dann an, darüber zu reden und zwischendurch sagt, äh, Osha dann so, ja, er weiß das doch schon alles über mich. Und ich denke mir so, ja, das sagt ihr jetzt eigentlich alles nur für den Zuschauer. Also dieses von wegen, wie ihr ja wisst, ne? Das zieht sich bisher ein bisschen für mich durch, durch die Serie und das ist leider schade, weil es hindert so ein bisschen für mich daran, äh, dass sowohl die Charaktere über die Dialoge als auch die Dialoge an sich noch ein bisschen mehr Charakter erhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein generelles Problem, was ja leider weit über Star Wars, äh, hinausgeht und nicht nur Serien, sondern auch Filme betrifft, wie da einfach, ja, wirklich mit, mit plumpelsten, mit plumpesten Mitteln, ähm, halt, ja, es ist, es ist wunderbar, ähm, Informationen halt vermittelt werden, weil man scheinbar nicht anders hinkriegt oder meint, nicht anders hinzubekommen, beziehungsweise vielleicht auch glaubt, dass das Publikum das sonst irgendwie nicht realisiert. Ich meine, es gibt ja genug Filme und Serien, die es wirklich gut hinkriegen, über, äh, ja, wenig Worte und halt über die Handlung zu zeigen, was wir für Figuren hier haben und was los ist. Mich hat es hier weniger gestört als bei Obi-Wan und vor allem Ahsoka, weil Ahsoka, also Ahsoka, die Serie, die ist ja wirklich ein, ein wandelnder Exposition-Dump. Ja. Und diese ganze Serie ist vielleicht ein wandelnder Trailer. Ja, ja. Weil, ich finde, hier hat man visuell halt noch ein bisschen mehr zu sehen, aber ich kann verstehen, wenn man das nicht mag. Ich glaube, hier wird es halt auch nochmal getragen, finde ich, von den, äh, charismatischen Figuren, weil ich bin auch bei dir, Meister Sol, das sind, der ist schon irgendwie so ein kleiner Phras, so ein Phrasendrescher, also diese Dialoge. Aber ich muss halt sagen, ich, ich gucke mir Legion J an und denke, ach, das, der ist irgendwie so, der hat so eine Melancholie, so eine, wie du sagst, Weisheit. Kann ich da irgendwie nicht böse sein? Nee, mir, mir hat der auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich, ich finde Daphne Keane so ein bisschen verschwendet bislang, also die, die hat zum einen nicht so viel zu tun als diese Jackie Lund, also diese Padawan-Schülerin, ähm, und man kann sie halt irgendwie kaum erkennen. Also das ist, das ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, das Mädchen aus, äh, aus, aus Logan und dieser His Dark Materials Serie. Ähm, und die spielt ja meistens eigentlich eher so, so ein bisschen bockige, widerspenstige Figuren. Aber vielleicht kommt da ja auch noch was, ich meine, also Luft ist auf jeden Fall noch nach oben. Äh, was ich noch sagen kann, nochmal auch zur Exposition. Das fing mir schon am Anfang auf und das ist hier wieder wie bei Ahsoka. Diese Serie fängt an und du bekommst eine Texttafel vor, vorgeklatscht, die inhaltlich so weit okay ist. Man muss ja, ich meine, man muss ja irgendwie vermitteln, dass man jetzt mal eben so 100 Jahre hinter Episode 1 gesprungen ist, ne? Das, das, das ist noch okay. Aber wie die wieder aussieht! Warum, äh, warum sehen diese Texttafeln so billig aus? Ich verstehe das einfach nicht. Bei Ahsoka war es vielleicht noch ein bisschen schlechter, aber ich kapiere das einfach nicht, weil diese Serie ist ja wirklich nun mal, an für sich ist die ja schon sehr wertig produziert. Man sieht schon, dass die Geld in die Hand genommen haben. Die haben ja, hat ja irgendwie 180 Millionen, glaube ich, gekostet oder 200 Millionen, ne? Ja, dass man, dass man dann wieder auf solche, solche Sachen zurückgreifen muss. Also dann notfalls ein Rolltext, aber bitte, bitte nicht so. Ich weiß, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das ist halt so, wenn das schon so anfängt, also bei, bei Ahsoka war wirklich, hab ich mir teilweise wirklich gedacht, haben die da, äh, weiß ich nicht, einfach nur Times New Roman verwendet und fertig. Also, ja, hauptsache nicht Comic Sans. Ähm, aber insgesamt, ja, also ich, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich weiß aber, glaube ich, dass ich die Serie, äh, jetzt nicht Woche für Woche, äh, weiterschauen werde, sondern wahrscheinlich so straight weg bischen, wenn dann alles online ist. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich hab mich schon extrem auf diese Serie gefreut. Ich hatte auch beim Schauen sehr viel Spaß. Ich find jetzt, je mehr man drüber nachdenkt, desto weniger wirkt die Serie. Also, es fehlt noch so ein bisschen das Fleisch, aber es sind halt auch erst die ersten, ersten zwei Folgen. Ich hab auf jeden Fall auch richtig Bock, äh, weiterzuschauen, weil ich schon gespannt bin, was für ein Mysterium dahinter steckt und ich auch einfach mehr von dieser Welt und wieder, das muss man ja sagen, also so sehr ich Fan von Endor bin, da fehlt halt schon die Mystik, da fehlen die Jedis, da fehlen dieses, dieses, dieses Camp, dieses Space Opera Ding und das wird hier halt schon schön bedient und da freu ich mich auf jeden Fall, ähm, drauf. Ja, ich bin halt gespannt. Ich mein, ich hab hier in, in, in einer Folge des Theeles Stammtisch, hab ich auch nach vier Folgen, äh, der Fallout-Serie gesagt, dass es eine der besten Videospielverfilmung überhaupt ist und dann hab ich die weiteren vier Folgen geguckt und gemerkt, puh, diese Staffel fand ich da am Ende dann doch richtig mies. Ich hoffe nicht, dass es, äh, bei The Aqualight mir so geht. Oh, weia, oh, okay, ja gut. Ja, ich meine, es sind ja noch, äh, sechs Episoden, die vielleicht dann irgendwie das in die eine oder andere Richtung wenden können. Insgesamt kann ich sagen, ja, es ist ein solider Start, es ist kurzweilig auf jeden Fall, es sind ja wirklich nur, also beide Folgen knapp über eine halbe Stunde, wenn überhaupt, ne? Ja. Das, äh, guckt sich schon relativ straight weg, aber du hast schon recht, es bleibt, es bleibt nicht so viel hängen bislang, auch wenn es, wenn es gut produziert ist. Ich möchte hoffen, dass da noch so einige Asse im Ärmel sind und wie gesagt, ich, ich mag das ja, hab ich ja schon erwähnt, ich mag das sehr, wenn Star Wars anfängt, äh, irgendwie einen Genre-Einschlag zu bekommen und jetzt irgendwie eine Thriller-Mystery-Handlung, was auch immer in Star Wars, das ist auf jeden Fall, was wir, äh, was man zumindest noch nicht in der Breite so gesehen hat, ne? Also, dass Jedi irgendwie so, äh, äh, True Detective-mäßig ermitteln, das hat man auch schon mal gesehen, also, ob es jetzt in der Clone Wars-Serie war oder selbst Obi-Wan, äh, der, der nach Kamino sucht in Episode 2. Aber wenn das hier jetzt im Vordergrund steht und auch noch mit so einer gewissen Dualität, auch was, was vielleicht auch Identität oder Identitätsfindung angeht, äh, finde ich das jetzt nicht völlig reizlos. Auf jeden Fall werde ich dranbleiben. Wir werden hier, äh, wahrscheinlich auch noch mal ein Staffel-Recap zu machen. Da hätte ich dich auch gern noch mal dabei auf jeden Fall, weil das immer ganz cool ist, wenn man dann noch mal so rückblickend sagen kann, was hat sich jetzt so erfüllt von dem, was man erwartet hat oder, äh, eben nicht, ne? Gegebenenfalls müssen wir dann mal gucken. Im Zweifelsfall haben wir dann, äh, den Kollegen Till ja am Start, den größten Star-Wars-Fan in unserer Redaktion. Ne, ich finde, man kann auf jeden Fall noch sagen, das ist, finde ich, ist es wieder ein positiver Trend nach oben im Vergleich zu einigen anderen Star-Wars-Serien, die, äh, zuletzt erschienen sind. Und, genau, da bin ich erstmal optimistisch. Auch wenn, das hat Leslie Hedlund ja auch so ein bisschen angekündigt, man so ein bisschen die, die Schattenseiten der Jedi oder so ein bisschen eine andere Perspektive sieht. Noch ist das nicht so der Fall. Also ich finde, man merkt schon, ja, da schwelt was, aber da muss die Serie jetzt liefern. Ja, es deutet sich so ganz leicht an, ne? Also, äh, ähnlich wie so die Mystery-Elemente ist das noch ein bisschen sehr im Hintergrund. Aber da sehe ich auch Potenzial, äh, weil ich das schon, ja gut, das ist jetzt ein Hot-Take-Sondersgleichen, aber ich mag das tatsächlich sehr, wenn die Jedi auch mal hinterfragt werden, ne? Auf jeden Fall. Also, ob es jetzt bei Rian Johnson war, umstrittenerweise, oder, ja, dass das auch, äh, also selbst in der Clone Wars-Serie wird es ja aufgezeigt, ne, dass die Jedi sich auch durch den Krieg und durch die Umstände auch verändert haben, ne? Und, äh, das finde ich auf jeden Fall, äh, so rein konzeptionell schon interessant. Ja, acht Episoden, äh, sechs sind noch vor uns. Das Ganze läuft dann, glaube ich, ja gar nicht so lange, ne? Dann jetzt ungefähr noch fünf bis sechs Wochen. Äh, Johannes, ich danke dir recht herzlich. War echt ein schöner Podcast. Ja, gerne wieder. Im Zweifelsfall beim Staffel-Recap oder auch bei anderen, äh, wenn der Tele-Stammtisch eins hat, dann eigentlich immer Content, ne? Auf jeden Fall. Ich fand auch, das war eine sehr schöne Besprechung. Hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie wir. Das will ich hoffen. Das kann man uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob nun beim YouTube-Upload oder ganz klassisch oldschool über tele-stammtisch.de. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten gibt es den Tele-Stammtisch und uns überall, wo es Likes gibt. Ja, möge die Macht mit euch sein oder mit dem Fandom oder was auch immer. Ich bin raus. Und, äh, die letzten Worte überlasse ich natürlich dir. Ciao, ciao. Es gibt natürlich nur einen Weg raus. Ciao, ciao. This is the exit. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus